Schön, dass ihr alle da seid zur letzten Session von WordCamp Nürnberg. Ich habe mich sehr auf dieses WordCamp gefreut, natürlich auch, weil ich hier ganz viele bekannte Gesichter wiedersehen würde, das wusste ich schon vorher, aber noch viel mehr, weil es hier ein Barbecue-Restaurant gibt, worauf ich mich sehr gefreut habe. Boogies Barbecue kann ich sehr empfehlen. Ich war mit Dominik Schilling vorgestern unterwegs in der Stadt, haben so ein bisschen die Altstadt erkundet, war super. Auf dem Weg haben wir natürlich dann auch die lokalen Sehenswürdigkeiten angeschaut. Hier haben wir die Nürn gefunden. Also ich nehme an, das ist die Nürn, wir sind ja in Nürnberg. Fanden wir dann gut genug, dass wir direkt dann noch ein Selfie dazu gemacht haben. Genau, wir sind noch weiter auf die Burg hoch. Also Nürnberg ein wirklich wunderschöner Ort, um einen WordCamp zu halten. Gestern hatten wir schon eine Q&A, heute freue ich mich, dass ich den letzten Slot habe, um das WordCamp so ein bisschen abzuschließen. Fangen wir mit dem Plugin-Verzeichnis an und starten mit einem Rückblick zu den ersten Tagen des Plugins-Verzeichnisses. Wer weiß, seit wann wir das Plugin-Verzeichnis haben? Seit wann gibt es das? Weiß das jemand? Ah, ja. Was haben wir gewonnen? Wann im Jahr 2007? Also im Jahr 2007 wurde das Plugin-Verzeichnis vorgestellt. Das sah damals so aus. Gerade kam auch Version 2.1 von WordPress raus. Davor wurden Plugins in Plugin-Track gepflegt quasi. Also es gab schon ein S4N-Repository, in dem man Plugins hochladen konnte oder halt eben hosten lassen konnte von WordPress. Und es gab einen Track, wo man sich die Plugins dann runterladen konnte auf seinen Rechner und sie dann eben in WordPress hochladen und verwenden konnte. Es hat aber gedauert bis zum März 2007, bis es ein User-Interface quasi gab, das es ein bisschen komfortabler gemacht hat, Plugins zu suchen, mehr über sie zu erfahren. Also das hier ist eine Ansicht von, oder die Single-Ansicht von einem Plugin, in dem Fall Akisman. Genau. Das war im März 2007. Das Projekt wurde damals auf Bibi Press durchgeführt. Wer hat hier noch nie von Bibi Press gehört? Einer? Alle anderen haben von Bibi Press gehört? Das ist ja unfassbar. Okay. Gut, dann werde ich es auch nicht weiter erklären. Wurde auf Bibi Press erstellt und hat in den letzten neun Jahren diverse Erweiterungen und Refreshes gerade in Sachen Design erfahren. Also das war dann im April 2008, also knapp ein Jahr später sah das Ganze dann schon so aus. Wir haben ein paar mehr Plugins drin. Es sieht auch schon, es ist schon relativ nah an der 2.7er Admin UI auch drin. Haben Sie was zu fragen? Ich kann auch gerne fragen. Ich staunt. Genau so sah das damals aus. Auch hier wieder die Single-Ansicht für Akisman. Da erkennt man auch schon relativ viele Elemente, die bis heute noch so geblieben sind. Also zum Beispiel das Average Rating oder überhaupt die Ratings, die da drin waren. und auch Teaser für diese Ratings, die eben abgegeben wurden. Oder wie gesagt, oder halt Support-Anfragen. Genau. Wieder ein paar Jahre später, das ist Januar 2009, habe ich diesen Screenshot mir runtergezogen. Da sieht es schon, ich weiß nicht, könnt ihr euch da auch noch erinnern, wie es damals aussah? Oder ist es komplett neu? Ja, könnt ihr euch erinnern? Ja. Also für mich war das auch so ein in den Erinnerungen schwelgen, als ich diese Screenshots erstellt habe im Web Archive. Und was ich auch ganz faszinierend finde, war die Anzahl der Plugins, die wir damals hatten. Das waren jetzt noch unter 4.000, das ist jetzt 2009, ja 6-7 Jahre her. Und jetzt haben wir direkt 10 mal so viel, als wir vor 6-7 Jahren noch hatten. Downloadzahlen waren schon damals beeindruckend. So sah das Ganze aus. Da haben wir auch schon, die Reiter sieht man sehr schön mit Installationen und Stats, die dann auch zur Verfügung gestellt wurden. Das Ganze ist immer noch im Backend, also unter der Haube sah das immer noch technisch gleich aus. Es war immer noch BB-Press, ist es bis heute. Es gab eine weitere Reiteration, das kommt euch wahrscheinlich auch bekannt vor. Da ist man wieder zurückgegangen im Design, das war Dezember 2011. So sah das dann aus und da wurden dann auch diese Header-Images eingeführt. Ja, die gibt es schon wirklich sehr lange inzwischen. Sieht relativ neu aus, aber da haben wir schon wirklich sehr lange. Und das sieht eigentlich schon fast so aus, wie es heute aussieht. Mit dem Unterschied, dass es inzwischen einen schwarzen Header gibt. April 2015 wurde der eingeführt. Also dieses schwarze Design. Stimmt gar nicht. April 2015 war der Refresh von der Homepage. Also dass man da diese Kartenansicht hat, wie es im Admin-Installations-Screen aussieht. Das war so das letzte, was daran gemacht wurde am Plugin-Verzeichnis. Ja, knapp ein Jahr her. Das war kurz nachdem das neue Theme-Verzeichnis auch online gegangen ist. Das war im Februar 2015. Hat man dem Ganzen auch nochmal ein kleines Facelift gegeben. Und das dann zusammen vorgestellt. Genau. Das Theme-Verzeichnis ist ein schönes Stichwort. Wir haben damals das Theme-Verzeichnis, was auch auf BBPress lief und von der Architektur eigentlich genauso aussah wie das Plugin-Verzeichnis. Haben wir genommen und auf WordPress umgezogen. Wir haben alles oder den ganzen Code haben wir geopensourced. Der ist heute einsehbar auf Meta-Track. Da kann man sich das Plugin und das Theme anschauen, mit dem das erstellt ist quasi. Damals weiß ich noch, habe ich dann angefangen, mich in diese BBPress-Geschichte ein bisschen reinzufuchsen und zu schauen, wie das Ganze aufgebaut ist, um ein bisschen zu verstehen, welche Struktur ich da übernehmen muss oder welche ich da neu schreiben kann. Das Ganze begann dann mit diesem Kommentar, der an dem Code steht. Da ist dann auch direkt die Motivation groß. Und so ungefähr sieht das auch mit dem Plugin-Directory aus aktuell. Es ist natürlich noch ein bisschen verzweigter, weil es noch ein paar mehr Funktionalitäten gibt. Also gerade was das Administrieren angeht von den Plugins, indem man da Committer hinzufügen kann und sich an die Commits eine E-Mail-Subscription machen kann für die Commits. Es tut mir leid, ich habe alles auf Englisch im Kopf. Ich muss immer auf Deutsch übersetzen. Man kann ja abonnieren, das war das Wort. Man kann Commits abonnieren. Solche Geschichten, das war ja im Theme-Repository zum Beispiel nicht so der Fall. Ich habe euch in der Beschreibung der Session, habe ich versprochen, dass es einen kleinen Blick unter die Haube vom Plugin-Directory gibt. Ich habe da nur zwei, drei Slides vorbereitet. Das ist so ein Überblick darüber, wie es aktuell aufgebaut ist. Also als Basis natürlich das SVN-Repository, in dem alle Themes oder die Plugins, die Plugin-Dateien gehostet sind. Es gibt dann eine Track-Instanz für die Plugins, in denen die Dateien sich angeschaut werden können. Die Veränderungen, die Change-Sets auch aufgeführt sind und in denen auch Tickets erstellt werden können. Auf der rechten Seite habe ich BBPress eingezeichnet. Das ist quasi der Daten-Container. Also da werden die ganzen Daten verwaltet und auch in der Datenbank noch gespeichert. Also Metadaten über die Plugins selber. Daten wie zum Beispiel, wer hat Commit dazu. Die ganzen Geschichten, die in der Readme-Text drinstehen, die werden da auch noch dazwischen gespeichert, dass man die dann direkt sich rausholen kann und auf dem Plugin-Verzeichnis darstellen kann. Zwischendrin haben wir Glodpress, was die Translation-String sich raussucht aus den Plugins und die in Glodpress verfügbar macht für andere, also für die Translider zum Übersetzen. Was allerdings nicht mit BBPress direkt zusammenhängt. Und mit BBPress meine ich übrigens auch das Frontend des englischsprachigen Plugin-Verzeichnisses, weil das auch auf BBPress läuft. Und darauf aufbauend haben wir die Rosetta-Seiten, das heißt alle internationalen Plugin-Verzeichnisse, also zum Beispiel auch de.wapus.org.plugins, die sowohl auf die Glodpress Translation-Strings aufbauen, die dann übersetzte Plugin-Beschreibungen anzeigen. Und natürlich die Plugins-API, die sich die Informationen von BBPress raussucht und die an die verschiedenen WordPress-Installationen zurückgibt, die nach Updates fragen und nach Installationspfaden quasi. Das heißt, wenn ihr in eurem WordPress-Admin-Bereich unter Plugins hinzufügen, glaube ich heißt das auf Deutsch, klickt, dann schickt es eine Anfrage an die Plugins-API und sagt, hey, was sind denn die aktuell beliebtesten sechs Plugins und die API schickt dann die Antwort zurück und die werden dann angezeigt. Also alles darauf basierend, genau. Ich habe vor der Session kurz angerissen, vor zweieinhalb, zwei Monaten haben wir angefangen, genauso wie das Theme-Verzeichnis jetzt auch das Plugin-Verzeichnis neu zu schreiben und auf WordPress umzuziehen. Also wir werden WordPress verwenden, ganz revolutionärer Gedanke. und das Ganze wird dann so aussehen, dass wir statt dem BBPress-Part dann einen WordPress-Part haben und hoffentlich ein total schönes und schnelles JavaScript-basiertes Frontend haben, was sowohl auf den internationalen als auch auf den englischsprachigen Seiten läuft, genau. Da sind wir gerade aktuell dabei, die ersten Schritte in der Umwandlung zu WordPress zu machen. Das JavaScript-Fundant, da sind wir noch ein bisschen weit davon entfernt. Da gibt es die ersten Bestrebungen, also es gibt die ersten Wireframes über ein Design, aber es gibt noch kein wirkliches Design, deswegen habe ich auch etwas, was ich wirklich zeigen kann, aktuell. Wir sind aktuell mehr damit beschäftigt, den Admin-Bereich für Plugin-Autoren fertig zu machen und auch den Bereich für Plugin-Reviewer fertig zu machen und einen Review-Workflow quasi zu erstellen. Wie sagt man das auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Also wenn man halt Plugins kontrolliert, dass das halt total leicht geht. Ja, genau. Das ist immer so, was wir aktuell so machen. Ein großer Teil natürlich wird dann auch die API sein, die dann statt eben auf Bibli-Press auf WordPress aufbaut und sich dann statt einem Topic sich dann einen Post holt, um die Informationen weiterzugeben. Genau. Ich habe das Thema kurz angerissen bei der Q&A, also das Thema, dass wir ein neues Plugin-Verzeichnis haben und auch was da die generellen Ziele sind. Nochmal zusammengefasst. An erster Stelle ist das Ziel, dass das Verzeichnis und auch die API open source sind, dass jeder sich das angucken kann, weil aktuell ist das leider nicht der Fall. WordPress verwenden ist das zweite riesengroße Ziel, das sind so die beiden wichtigsten. Daraus ergibt sich, dass Leute dann auch zum Plugin-Verzeichnis beitragen können. Das heißt, ihr seid dann alle in der Lage, nicht nur Tickets zu erstellen im Meta-Track und zu sagen, hey, ich fände es total super, wenn ich mein eigenes Support-Forum verwenden könnte, sondern seid dann auch in der Lage zu sagen, okay, hier ist ein Patch, so könnte das aussehen und so könnte man das machen. Was natürlich den Leuten, die Meta unterhalten, pflegen, maintainen, das Leben hoffentlich ein bisschen einfacher macht. Dann ganz wichtig auch ein skalierbarer Review-Prozess. Aktuell ist es so, dass es wirklich nur eine Handvoll von Leuten gibt, die ein Plugin reviewen können. Es ist aktuell auch so, dass nur ein Plugin, also dass ein Reviewer nicht weiß, ob ein anderer Reviewer gerade ein Plugin reviewt, sich anschaut. Also solche banalen Probleme, damit haben die aktuell immer noch zu kämpfen. Und das ist natürlich mit dem Post-Logging von WordPress relativ easy zu umgehen. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu als nur das, aber das sind so die Voraussetzungen, die eben damit erfüllt werden, um halt diesen Review-Prozess zu skalieren und auch mehr Leuten, genauso wie im Theme Review, Zugang zu geben und da ein bisschen die Last zu verteilen. Schnelleres Frontend ist natürlich ein eher, also zwischen all diesen Zielen ist es eher ein untergeordnetes Ziel, ja. Aber das ist auf jeden Fall ein einfacher Gewinn, den wir damit erreichen können, schätze ich. Also gerade mit den Erfahrungen, die wir aus dem Theme-Verzeichnis oder mit dem Theme-Verzeichnis gemacht haben. Wir werden eine aktualisierte API haben, das heißt wir können auch diese Daten nutzen, um dann das Plugin-Verzeichnis mit Daten zu füttern. Genauso wie es aktuell im Theme-Verzeichnis der Fall ist, ja. Also wenn ihr das Theme-Verzeichnis zum ersten Mal lädt, dann ist es noch eine Serverausgabe. Sobald ihr irgendeinen Link klickt im Theme-Verzeichnis, sind das alles Daten, die über die API geholt worden sind, ja. Und die das dann halt relativ schnell aufbauen dann. Und ganz wichtig, ich hätte glaube ich die Punkte noch tauschen sollen, ganz wichtig ist bessere Suche auch. Das ist einer der Top-Anfragen, die wir bekommen, also eine der wichtigsten Anfragen, die wir bekommen. Wir werden dazu, ja, also die Suche ist was, womit sich zwei meiner Kollegen schon mit beschäftigen aktuell und da auch relativ weite Fortschritte schon gemacht haben, die zu verbessern, nicht nur WordPress zu verwenden, sondern eben Elasticsearch zu verwenden, um dann schneller und einfacher bessere Suchergebnisse zu bekommen und das Ganze den Leuten dann, ja, schöner vortragen zu können, ja. Also ich hoffe, da wird es eine erhebliche Usability-Verbesserung geben. Genau. So ist das Ganze aus, von wegen unter der Haube, also so sieht das Ganze aus, wenn es dann eines Tages mal fertig ist, hoffentlich. Wir werden ein Plugin-Directory-Theme haben, ganz unten, was so das Frontend darstellt für den User mehr oder weniger, was auf der Plugin-API basiert und da die Daten herbekommt. Wir haben ein Plugin-Directory-Plugin. Ja, das ist ein Plugin, das dieses, also wir haben einen Custom-Post-Type, der das Ganze powert, ja. Das wird alles in diesem Plugin gepflegt, was aktuell auch schon auf Meta-Track ist, alles schon Open-Source, ihr könnt euch das alles angucken, wie das funktioniert. Ihr könnt auch schon Tickets feilen und vielleicht vorher mit uns sprechen und dazu beitragen, wenn ihr wollt. Genau, wir haben auf der anderen Seite haben wir den Uploader. Das ist auch noch eine der größeren Änderungen, glaube ich, die wir einführen werden, ist, dass wir weggehen von einem Formular und einem Link zu einer ZIP-Datei und hingehen wie beim Theme-Verzeichnis zu einem Uploader, der uns erlaubt, automatische Code-Tests durchzuführen. Genau, und das sind eben dann auch die Dateien als ersten Commit in das Repository schon mit reinzubringen, wenn ein Plugin akzeptiert wurde, approved wurde. Genau, Plugin SVN und Track habe ich schon erwähnt, das wird auch weiterhin so bleiben. Das Ziel ist, wie gesagt, die Hauptziele sind Open-Source und WordPress. Welches Versions-Management-System wir verwenden, ist für diese Iteration am Plugin-Verzeichnis nicht wichtig. Also darauf fokussieren wir uns aktuell nicht. Jetzt habe ich gesehen, Internet funktioniert, das heißt, ich kann euch tatsächlich die Live-Seite zeigen oder den aktuellen Stand zeigen, aber ich muss euch nicht mit Screenshots abspeisen. So, das heißt, wir werden eine Live-Demo jetzt machen. Ja, ich bin auch ganz aufgeregt. So, das ist die Übersichtsseite quasi des Plugin-Verzeichnisses. Also ihr seht da ganz viele Plugins aufgelistet. Als Plugin-Autor seht ihr nur eure Plugins, zu denen ihr Commit-Zugang habt. Also nicht nur Plugins, die ihr selber hochgeladen habt und die eure eigenen sind, sondern alle, wo ihr auch Commit-Zugang habt. Es gab eine Anfrage, dass es doch schön wäre, wenn man ein Dashboard hätte, in dem man einen schnellen Überblick über seine Plugins und den Status dieser Plugins hat. Das haben wir direkt übernommen auch. Das ist natürlich jetzt hier, guck mal, Seite 45, ich habe keine Ahnung, ob das dann besser ist, weil ich sehe gerade die Active Install sind alle 10.000 hier. Also alle 60.000, okay. Genau. Wenn das mal live ist eines Tages, dann seht ihr auf der linken Seite im Menü wahrscheinlich nicht diese ganzen Punkte. Die sehe ich jetzt nur, weil ich gerade in der Admin-Rolle drin bin. Wenn ihr als Plugin-Autor da drin seid, dann wird sich das auf diesen Mein-Plugins-Reiter beschränken mit Plugin-Handbook und dem Readme-Validator, der dann auch dort verfügbar sein wird. Die Reviewer werden dann auch WP-Admin verwenden. Die haben dann eine andere Rolle und ein paar mehr Rechte, um dann eben auch Plugins zu sehen, die nicht nur von ihnen sind, sondern eben Plugins, die einen Status haben, in dem sie einen Review benötigen zum Beispiel. So, jetzt können wir uns ja mal eins anschauen. Plugin Name, super. Edit. Gucken wir mal, ob das funktioniert. Tada! Sehr gut. Das ist dann die Single-Ansicht. Wir haben die ganze Meta-Informationen dann aufgelistet. Das ist jetzt für den Plugin-Autor natürlich eher sekundär. Das ist allerdings für den Reviewer viel schöner zu sehen. Als Reviewer wird man dann auch noch einen Internal Notes haben. Also man wird dann die Möglichkeit haben, sich mit anderen Reviewern auszutauschen und dann Nachrichten zu hinterlassen über dieses Plugin. Auf der rechten Seite haben wir Committer. Ja, wir können dann hier auch einen neuen Committer hinzufügen. Also in dem Fall mich. Zack. Und natürlich auch ganz einfach dann wieder entfernen. Nein, natürlich nicht. Ah, vielleicht nicht. Das hat auch schon mal besser geklappt. Genau. Also du kannst dann auch... Ich kann mich immer noch nicht selbst entfernen. Also ich kann jemand anders entfernen. Machen wir jetzt mal nicht. An sich ist es egal, weil... Ne, das ist schon die Live-Tabelle. Ist ja egal. Genau. Und dann oben rechts haben wir den Status, der dann geändert werden kann in die diversen Pending oder Close oder Rejected Stati. Ich glaube, das sind auch noch nicht alle, die wir darin sehen. Das ist eher wichtig für den Reviewer. Ich glaube, das wird dann nicht sichtbar sein für den Plugin-Out am Ende des Tages. Was allerdings sichtbar sein wird, ist hier dieses kleine Dropdown, in dem man festlegen kann, mit welcher Version von WordPress das Plugin kompatibel ist. Das heißt, man muss dann nicht mehr einen neuen Commit machen mit der Readme-Tags, um das zu ändern bei jeder neuen Version. Dankeschön. Genau. Es gibt noch Kategorien dazu und Tags. Plugin-Tags ist auch noch was, wo wir am Sprechen sind gerade, wie wir das machen. Wir werden das wahrscheinlich ein bisschen einschränken und eher so machen wie bei den Themes aktuell, dass man ein bestimmtes Spektrum an Tags hat, die man verwenden kann für ein Plugin. und das eher einschränken und für den User ein bisschen einfacher zu bedienen machen, als das aktuell der Fall ist, wo wir knapp über 80.000 verschiedene Tags haben. Genau. Ich glaube, das ist das. Ich muss das Frontend angucken, aber das ist irgendwie nicht so sonderlich interessant aktuell. Das funktioniert und sieht halt aus wie immer. Wie gesagt, wir haben noch kein Design. Das ist aktuell nur die Entwicklungsversion mehr oder weniger, damit man es halt nutzen kann. Genau. Das ist der aktuelle Stand. So. Dankeschön. Bam. Gut. Jetzt kann ich auch direkt durch die Slides gehen, also Übersichtsseite und Single-Seite. Ja, jetzt ist natürlich so, dass wir nur relativ wenig Leute sind und wir dringend Hilfe benötigen. Das kann natürlich gerne Hilfe sein beim Erstellen von Code, beim Feature bearbeiten. Was uns aber auch schon viel weiterhelfen würde, wäre Meinungen zu teilen. Wenn ihr auf Metatrack geht, euch die Tickets anschaut und wenn Fragen aufkommen, euren Input gebt. Was ist euch wichtig? Damit wir eben das Plugin-Verzeichnis so gut wie möglich machen können für auch die Plugin-User und die Plugin-Autoren, die das dann am Ende des Tages verwenden. Es gibt in Metatrack, so sieht die URL aus, eine Plugin-Directory-Component, nennt sich das. Das ist die Komponente, in der alle Tickets zusammengefasst sind, die das Plugin-Directory betreffen. Da könnt ihr euch die Tickets anschauen, die auch für das neue Plugin-Directory erstellt wurden und die auch die Feature beschreiben, an denen wir arbeiten. Es gibt einen Blog, make.workpress.org.matter. Dort werden Updates gepostet, wie zum Beispiel das neue Design, wie zum Beispiel, hey, wie sollen wir mit Tags umgehen in Zukunft. Und da ist natürlich auch jeder Input appreciated, dankbar angenommen. Und wir haben einen Chat, der allerdings zu einer Unzeit für Mitteleuropäer stattfindet, weil wir mit den Australiern zusammenarbeiten müssen in diesem Projekt, dürfen. Und wir es für sie halt so angenehm wie möglich machen wollen. Also der findet aktuell um 1 Uhr UTC statt, das heißt 3 Uhr morgens deutscher Zeit. Wenn ihr eine schlaflose Nacht habt, Donnerstags, dann schaut doch mal vorbei. Ansonsten werde ich auch schauen, dass wir das in Zukunft auf eben dem Meta-Blog dann zusammenfassen und eine Summary schreiben, damit Leute dann auch im Nachhinein noch Kommentare abgeben können oder im Slack-Channel, im Meta-Slack-Channel dann ihre Meinung kundtun können. Genau. Wenn ich irgendwas vergessen habe, dann dürft ihr mich gleich danach fragen. Mein Name ist Konstantin Obenland. Ihr findet mich im Web unter Obenland, also auch unter Twitter, unter GitHub. Ich habe einen fantastischen Fotoblog unter konstantin.obenland.it. Und ich arbeite für Automatic in einem Team, was 100% fokussiert ist auf WordPress-Core und der WordPress.org-Infrastruktur. Genau. Ich trinke gerne Bier und Whisky und esse gerne Barbecue und stehe euch jetzt für Fragen zur Verfügung. Das Support-Forum Blatt Bibli-Press war die Frage. Die Antwort ist ja. Ja, da wird es auch Arbeit daran geben, in diesem Jahr sogar noch, hoffentlich. Wenn wir die personellen Ressourcen bekommen, wird das aktualisiert. Also die Bibli-Press-Version wird aktualisiert. Da sind wir gerade heftig am Lobbyieren bei den Leuten, die uns mehr personelle Ressourcen zur Verfügung stellen können. Und, aber ja, das wird auf jeden Fall erst mal, oder wird auf jeden Fall Bibli-Press bleiben. Ja, das war ja. Ja, bitteschön. Ja, das wird ja jetzt da komplett neu gemacht. Was heißt hier irgendwie, was man vorhört, die haben Leute vorhört, hat man direkt im Video, das ist hinterher, also ein bisschen messbare Erfolge, sage ich mal. Macht ihr da irgendwas, oder macht ihr da was, was man mit dem Team bei der Süßkündigung macht? Wie messen wir den Erfolg bei der Umstellung vom alten zum neuen Plug-in-Directory? Ich glaube, der Haupterfolg ist, wenn die Download-Zahlen und die Aufruf-Zahlen nicht komplett abfallen. Ja, wie gesagt, das Ziel ist ja nicht, dass wir die Download-Zahlen erhöhen, oder dass wir die Besuchszeit auf der Seite erhöhen, sondern das Ziel ist ja, Open-Sourcen und WordPress verwenden. Und wenn wir damit den Rest nicht kaputt machen, dann ist es schon ein Erfolg für uns. Natürlich wollen wir es einfacher zu bedienen machen. Und natürlich wollen wir auch, also was zum Beispiel beim Theme-Directory der Fall war, war das, dadurch, dass wir zu JavaScript übergegangen sind und die Page-Load-Zeiten massiv nach unten gegangen sind, ist die Anzahl der Seitenaufrufe pro Session ist nach oben geschnellt. Also die Leute haben sich viel mehr Themes und Seiten angeschaut. Das ist was, was wir natürlich hoffen, was auch beim Plug-in-Directory dann passieren wird. Wir können es natürlich nicht garantieren, aber das ist was, was wir hoffen, dass es dann eben auch der Fall sein wird. Genau. Bitteschön. Ist es angedacht, mehr Analytics-Sachen den Plug-in-Auto zur Verfügung zu stellen? Jein. Das wird bestimmt, also die Möglichkeit wird es geben. Aktuell sind wir dabei, oder ist unser Bestreben, die Feature gleichzuhalten. Also möglichst wenig Feature wegzunehmen und möglichst viele Feature beizubehalten. Wir haben noch keine konkreten Überlegungen angestellt, welche anderen Statistiken wir zur Verfügung stellen können und welche Sinn machen. Das ist was zum Beispiel, was man diskutieren könnte im Metatrack. Genau, das ist der aktuelle Stand. Also, ja, möglich. Aktuell gibt es noch nichts Konkretes zu sagen dazu. Ja, bitte. Ich habe mit dem Stats gerade schon mal gesprochen, ein bisschen mehr Kontext. Ich sehe gerade, welche Versuchen beim Plug-in aktiv genutzt werden, aber ich weiß nicht, wenn man das ist gemessen, wer es dann passiert, welche Zahlen sind und so, dass wir vielleicht noch nicht weiterkommen. Okay. Die Aussage war, es wäre schön, wenn man mehr Kontext zu Stats bekommen könnte. Stimme ich zu. Ja, bitte. Dann dazu noch mal, wie werden aktuell die aktiven Installationen gemessen? Wie werden aktuell die aktiven Installationen gemessen? Dominik, korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, wenn eine WordPress-Installation anfragt, bei WordPress.org, welche neuen Versionen der Plugins zur Verfügung stehen, dass dort der Aktivierungsstatus mitgeliefert wird und wir dadurch feststellen, bei wie vielen Seiten dieses Plugin aktiv ist. Dominik nickt. Ja, bitte. Die Frage ist, was ist mit Multisite? Multisite-Installationen werden als ein Aktiver gezählt und nicht als Mehrer. Und es wird übermittelt, ob es Netzwerkweit aktiv ist oder ist es Pro-Site? Da weiß ich die Antwort nicht. Dominik, weißt du das? Ne, wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Danke, Bilgo. Morgen, nicht vergessen, Contributor Day. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, Zeit habt und Lesen und Schreiben könnt, dann seid ihr auch in der Lage, zu WordPress weiterzutragen. Ich würde mich freuen, euch alle morgen wiederzusehen. Wir werden auch, also ich werde zur Verfügung stehen, um an den Plugin-Dollar mitzuarbeiten und neue Änderungen einzubringen. Ja, bitte kommt morgen zum Contributor Day. Es wird mich sehr freuen. Dankeschön.